Ja, dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem WKWL-Spiel der Fraport-Steinernin und Walter-Tagers-Tübingen. 5.002 Zuschauer, eine ausverkaufte Fraport-Arena, sahen einen 96 zu 89 Erfolg der Gastmannschaft in Verlängerung, Nachverlängerung. Links von mir sitzt Igor Ferrovic, Trainer der Walter-Tagers-Tübingen, wenn ich nun unseren ersten Kommentar zum Spiel bitte. Vielen Dank. Vielen Dank. First of all, guten Abend. Es war ein sehr schwieriger Spiel für beide Teams. Frankfurt war ein wichtiges Spiel für den Spiel. Für uns war es, ich habe gesagt, dass die Spielern vor dem Spiel, dass wir nicht für den Spiel. Wir können nicht die Riebe, aber wir spielen für den Outcry und das ist die wichtigste Spiel. Ich habe mich an den Spielern vor, und auch an beide Teams, in einer großen Spiel. Ich glaube, das Spiel war gut, das Spiel war sehr sehr, 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 sehr. Wir haben uns die Riebe in der vierten Kunde, wir waren auf 14 und wir haben uns die Riebe. Ich glaube, Frankfurt war vielleicht 15 oder so, in drei, vier Minuten, sie kamen zurück und mit McKinney's freethrows, sie hatten eine Lied bei einem Punkt. Ich bin ehrlich, ich habe noch nie gesehen, dass ich, selbst in der Praxis, jemand schütte 28 oder 29 freethrows, und ich glaube, das ist wirklich ein Riebe. Ich glaube, wir kontrollieren uns die Riebe. Ich glaube, wir kontrollieren den Gewitzern, der ist ein sehr wichtiges Spiel für Frankfurt. Ein großartiger 1-1-0-1-0-0-0-0-0-0-0, aber wir machen uns ihn separiert vom Team, das war unser Ziel. Wir versuchen, ihn zu stoppen, ihn zu 1-1-0-0-0-0-0-0-0-0. Aber wir konnten nicht stoppen McKinney. McKinney ist wirklich so, dass er ein großartiger und einer der besten 2-1-0-0-0-0-0 in der Liga. Einmal wieder, ich wünsche mir, dass Frankfurt alle die besten in diesem Spiel für den Spielplatz und für den Rest des Saison. Und wenn sie einen Spielplatz erreichen, dann wissen wir die besten in der Spielplatz. Dann bitte ich Musiker zu Ihnen, um seinen Kommentar zu spielen. Schwerst davon! Also, ich rieche Letztendlich ist es nicht, dass wir uns nicht wählen. Wir haben einen Platz um 0.1-0-0-0-0% von dem Videobeschiffen. Wir haben uns über die Zahlungsprecher – ein ganzes Elf! Wir haben uns aber den Platz um 0.1-0-0-0-0-0-0. Und wenn du die Kampfer gewartet, die mehr werden, dann wirst du. Wir haben noch die Chance, wir werden in drei Punkte, wir werden sie gewartet. Wir haben noch die letzte Kampfer, wir haben diese Möglichkeit. Ich denke, in der Zeit, sie haben mehr Fresh Legs als wir. Einige von unseren Mann waren zu schwer, und wir haben uns verletzten, wir sind sehr verletzten, aber das ist es, man kann es nicht verletzten. Herr Katsuma, können Sie uns etwas über Michael Thompson sagen, was ist das Problem? Wie Sie wissen, wir haben immer etwas. Wir sind heute in der Praktik, wie bei uns zu Ende der Praktik, haben wir ein paar Hände in den Schombier. Das sieht nicht gut, aber es war sicher nicht in einer Situation, in der man kann es spielen. Wir gehen für die MRI morgen und wissen mehr über das, aber es sieht nicht gut. Also, Sie müssen Sie mit einem Jahrzehnt mit einem Jahrzehnt mit einem Jahrzehnt. Wir sind alle in dieser Zeit, mit einem Jahrzehnt. Wir müssen mit einem Jahrzehnt mit einem Jahrzehnt. Wir müssen mit einem Jahrzehnt mit einem Jahrzehnt. Was können wir tun? Das ist Teil des DNA dieses Team dieses Jahrzehnt. Immerhin immer ein Jahrzehnt, aber wir haben ja schon ein Jahrzehnt mit einem Jahrzehnt. Wir haben ja schon ein Jahrzehnt mit einem Jahrzehnt. Ich habe ja jetzt ein Jahrzehnt, aber ich will es nicht mehr über das. Es ist sehr knapp, in der Mitte der Ranking in der Liga. Sie diskutieren Sie mit dem Team vielleicht die Möglichkeit? Oder ist es ein Thema? Nein, wir sprechen nie über das in der Liga. Erstens, ich weiß, dass die Spieler die Liga sehen und sie verstehen, dass sie die Situation wissen. Aber es gibt keine Möglichkeit, zu sprechen. Sie müssen spielen spielen. Wir sprechen nicht mit mir. Wir haben ein Spiel, dass wir gewinnen. Wir haben eine Chance. Wir können sogar besser spielen als wir heute. Much besser, in meiner Meinung nach. Aber wir haben eine Chance, dass wir gewinnen. Und wir haben nicht das Spiel. Das ist etwas nicht gut. Das war nicht die ersten Mal. Aber die Spieler versuchen sie zu schwer zu geben. Sie versuchen sie zu gewinnen. Es war nicht einfach, um nach 14 zu spät, um die letzte Teil der Spiel. Aber es ist mir, dass sie wieder zurück war, um die Energie von den Spieler zu beenden. Ich hoffe, dass er sehr gut ist. Michael Fahner? Coach Ferovich hat uns gesagt, dass seine Stoffen Kontrolle von Davidson sehr gut ist. Ist das auch deine Meinung? Oder ist das auch ein Team A von Davidson? Erstmal muss man ihnen die Kredite, weil sie gewonnen haben. Aber wissen Sie, Jamalio ist total auf Jamalio. Die totalen Spiele, die er spielte, hat uns so viele gute Dinge gegeben. Natürlich, wir sind überraschend, aber es kann passieren, dass er ein schlechtes Spiel spielt. Was kannst du tun? Es ist so, dass niemand spielt. Jedes Mal diese beste Leistung. Ich denke, Jamalio ist sicher. Wenn es dann keine weiteren Fragen mehr gibt, haben wir nicht das Kommen? Das ist das Kommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.